hallo hier mein Kükenhör mit Rettas mit kurz auf unserem Rosti Kanal und mal wieder hier zu einem kleinen Rosti Parkt aus. Die Musik die ihr im Hintergrund hört ist vom lieben Matteo Games den ich hier schön grüße. Der hat mir dieses kleine Stückchen hat er mal rumprobiert bei mit FL Studio und er hat mir das mal gezaubert und ich finde ich finde es cool. Ich war jetzt ein bisschen kurz noch, aber er ist ja gerade mal hier am probieren und rum machen und testen. Da muss ich ja erst mal rein arbeiten. Cool! Dankeschön Matteo und natürlich vorab noch vielen Dank an unsere Unterstützer ohne die das hier alles gar nicht machbar und zu realisieren wäre. Vielen Dank und zwar vorab natürlich noch ganz wichtig es handelt sich hierbei alles um unbezahlte Werbung. Es sind alles kostenlose Produktproben aus dem Netz, aus dem Internet die jeder von euch bekommen kann. Wenn man sich einfach nur anfordert. Es gibt es ja viele Seiten wo man so Produktproben wo es jeden Tag gibt rauskommt und ihr wisst ja dass ich alles hier anfordere an Produktproben und da sind wir da haben sich wieder einige gesammelt und jetzt machen wir einfach mal und zwar es sind schon hier einige. Massig. Fangen wir mal an was schwarzes. Es riecht auf jeden Fall dann kann es ja nur mal Parfüm sein. Wir packen mal aus. Das ist immer das lustige. Da merkt keiner was schickt muss ich mir halt mal selber anfordern. Jo das war ja wieder klar Rosti versucht was aufzumachen und das Ding geht man wieder nicht auf. Ja das wird so zugeklebt dass wieder kein Mensch es aufbekommt. Aber ich krieg's auf. Es kater. Es kater. Es kater flor del sol. Es kater flor del sol. Oh de toalette. 1,2 ml. Ein Duftpröbchen. Wie es auch bei jedem anderen Parfümladen bekommt wenn er einkaufen geht oder so. Nice. Ist das jetzt pur om oder? Für die Frau. Pura femme. Oh das riecht ziemlich lieblich. Kommt ein Duft raus. Das ist vom Flakon her. Mit Sicherheit für die Frau. Es kater. Nice. Da freut sich meine Mom wieder drüber. Kriegt ja alles dann meine Mom. Wenn ich so Produktproben oder so Parfümproben auch für den Mann bekomme. Ich brauche den Scheiß nicht. Dann gucken wir mal ins Texte rein. Das ist natürlich auch hier. Kommt sogar aus Newcastle aus England. Von dem bekomme ich öfters. Die machen vielmals. Also jeden Monat gibt es von diesem Hersteller Proben. Und die fahr da immer an. Und meine Mutter die freut sich da immer drauf. Ich schneid mal hier auf. So ganz locker flockig. Gott sei Dank habe ich hier nicht die Ehre. Rituals. Ritual of Karma. Das ist pur femme für die Frau. trifft ja auch nur Famig Ohh. Ritual of Karma. Erleben Sie fröhliche Sommerstimmung sowohl im Körper als auch in der Seele. Tun Sie Gutes und Gutes wird Ihnen alle so ne Creme. Andere sowas ist so ne Lotion. Oh, das ist schön. So Body Lotion. Nice. Oh, da freut sich meine Mom. Ich lasse sie immer zweimal schicken. Einmal für mich und eins zu ihr nach Hause, weil wir wohnen ja auch getrennt. Also haben wir es dann immer doppelt. Ein Briefumschlag. Da guck mal rein. What's that? Das ist immer schwierig. Donto.de Klebe-Verbindungstechnik. Da sind auch so Punkte drin. Probieren geht über Studieren. Es freut uns sehr, dass sich unsere Produkte interessieren und sich für die kostenlose Klebe sind. Was ist Donto.de? Wir sind ein Online-Shop, autorisierter Händler, renommierter Marken wie zum Beispiel 3M, Käse und so weiter. Hierbei schneiden und stanzen wir unter anderem Klebeprodukte in verschiedenen Größen aus. Donto.de. Die sind also solche Klebedinger. In allen Größen. Da gibt es auch größere drin. Wie ihr seht, diese hier. Und die sind Klebeflächen. Die haben wahrscheinlich auf beiden Seiten, zieht man es dann ab und dann kann man was ankleben. Sehr nützlich für den Alltag. Nice. Das ist cool. Donto.de. Dankeschön. Wie gesagt, alles unbezahlbar ist. Alles kostenlose Produktproben. Nice. Was haben wir denn da noch? Ein weiteres Päckchen. Ein weiteres Päckchen. Zugeklebt. Da muss man das aufmachen. Ah, naja. Ist immer das schwierig, wenn so Klebedinger sind. Um sich hier nicht zu verletzen. Ich habe einen Ransen gestochen. Und dann kriegst du es immer noch nicht auf. What the fool. Ja, ist denn immer noch. Ja, ist denn jetzt die Mühe. Das hasse ich euch. Oder auf die Tod hier. Ja, ich krieg's denn oft. Ja, Rosti, bist denn du blöd, oder was? Okay, aufhör. Was ist denn das für ein Fude? Also Leute, ich... Oh, ist das... Oh, ist das... Oh... 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 Hört ihr auf da draußen zu hupen? Ihr Vollhorsts. Da freut sich meine Mom und wie schön die Dinger aussehen und alles kostenlos, Leute, im Netz. Ich habe ja auch hier zwei so kleine Packungen bekommen. Ein Moment für Momente, die dir gehören. Ihr könnt euch sicher denken, was es ist von Goldwasch, was da drin war. Brauche ich euch, glaube ich, nicht erklären. Ich glaube, jeder kennt die Marke Goldwasch, oder? Habe ich zwei Päckchen umsonst bekommen. Das volle Päckchen. Wert, ein Päckchen, sieben Euro. Kostelos. Das war für den Rusty. Nicht für meine Mom. Weitere Briefumklagen. Tysor-Corex-Packert Wundgel. Da ist ein Wundgel drin. Brauchen wir nicht auspacken, wer sieht es ja. Von Tyrosor ein Wundgel. Also so ein, wenn man sich verbrannt hat oder so, denke ich mal. Nice. Brauchen wir nicht auspacken. Oh. Noch mal ein Päckchen. Oh, schon das ist ein Klebestreifel. Ich hasse diese Klebedinger. Hm, jetzt kannst du es aufschneiden. Vor allem, wenn man keine Fingernäge groß hat. Wisst ihr? Ich kriege jetzt schon wieder. Oh. Libre Yves Saint Laurent. Oh. Das ist immer so schwierig. Der neue Duft der Freiheit. Wow. Ist auch so ein kleiner Flakat drin. Wow. Na, meiner Mutter geht es immer wieder gut heute. Heute ist der Sonntag, wo ich es aufnehme. Sunday. 0.55 Uhr. Oh. Ja. Noch mal ein Ding aus Newcastle. Hatten wir ja vorhin schon. Da bin ich mal gespannt. Wir schneiden mal wieder auf. Schnipp schnapp. Ab. Mal schauen, was es jetzt ist. Oh. Das ist die vierten Mann. Wieder von Rituals. Ritual of Samurai. Hou. Harakiri. Arigato. Tomo Arigato. Mr. Batto. Neu, natürliche Hautpflege. Das ist was für einen Mann. Oh. Oh, Leber. Wow, brauche ich gar nicht aufmachen, da kommt gleich so ein Duft raus. Das ist so eine Creme, Hautpflegecreme für einen Mann. Von Rituals. Ihr seht euch, so eine kleine Tube. Da kann es die Hirschung werden, oder die Wolltfee? Das ist ja nice. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch so ein Special Parfüm habt, wenn ihr euch überhaupt Parfüm kauft. Ich weiß ja nicht, ob ihr genau jetzt auf dem... Früher, wo ich noch jung war, oder auf Tour, da habe ich natürlich auch alles gekauft und hier gestunken, wie hier, um den Frauen auch hier zu gefallen oder so. oder wie man auch sagt, oder zu... Man will ja auch nicht abstoßen wirken, ja. Was so euer Favorite ist. wieder ein Briefchen? Lidl Dienstleistungen. Lidl! Haus Lidl! Geh doch einfach zu Lidl, oder was? Lidl, oder Lidl, oder Lidl, oder Lidl, oder Lidl. Lidl! Lidl, oder Lidl, oder Lidl, oder Lidl? Lidl, oder 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 Lidl. Hier ging es nämlich ums Thema Umwelt und so kann man den immer wieder verwerten, verwenden. Finde ich die Idee, finde ich nicht schlecht, aber diese universal Größe hier, wo soll die drauf passen. Gibt mir doch ein Rätsel auf. Kompakt! Es ist halt für mich schwierig, ich muss alles Seitenverkehr dann machen. Ich bin halt allein. Kompakt! Auspacken! Wie an Weihnachten! Ich nehme schon 15 Minuten auf. Was ist das? Solidarität in der Corona-Krise, Ihre Maske ist da! Oh! Eine Corona-Maske! Ah, ja! Kann ich mich noch dran erinnern, gab es umsonst im Netz? Ein Corona-Maske! Kann man ja gebrauchen! Kauft euch die Dinger mal! Ziehen wir gleich mal auf! Gleich mal testen hier! Mit Aufdruck! Stört mich nicht! Ist kostenlos! Brauchen wir nicht kaufen! Schutz auch für Geflüchtete! Ich fliehe! Huuuuhu! Solitarität! Cool! Finde ich eine coole Idee! Ist so eine Initiative? Eine kleine Maske, die zu seiner großen Aktionen werden kann. Von ihrem Gesicht schützt sie ihren Gegenüber und mit dem Aufdruck der Botschaft ruft sie Auf zur Solidarität! Auf zur Solidarität! Meine Rede! Mit einigen der Schwächsten in dieser Krise, den Geflüchteten! Und wer redet von uns, die wohl nichts haben und sich das nicht leisten können? Denkt auch mal an die! An die eigenen Mitmenschen! Auch finde ich eine coole Idee! Werde ich auf jeden Fall aufziehen! Natürlich ist da so ein Formular zum Spenden dabei! Könnt ihr, müsst ihr aber nicht! Finde ich aber eine coole Idee! Mich stört es nicht, dass da was draufsteht mit Schutz auch für Geflüchtete! Ich bin, wenn es um das Thema Solidarität geht, bin ich immer der Erste! Bin ich sofort dabei! Für einen guten Zweck! Sofort! Finde ich cool! Vielen Dank! 3M Deutschland! Haben wir es erst vorhin davon gekannt? Ist das so, ihr kennt ja 3M, wo diese Haftnotizen machen und so und alles mögliche! Wir haben ja viele Produkte im Angebot! Mal schauen was! Das ist ne riesen Umschlag! Muss halt alle selber anfordern, damit ich was auspacken kann! Oh, da ist was rausgeflogen! Extrem! Extra für Extreme! Nachbarseiten war gestern! Unter schwierigen Bedingungen einfach leichter kommunizieren! Ah, das sind so, ihr seht, das sind solche Haftnotizen, wo man sich dran hängt! Und die müssen extrem sein! Checktisten, Auto, Motorrapparatur, Kennzeichnung, klebt wasserabweisend, haften in heißen und kalten Umgebungen, Dura, Holt, Papier und Klebstoff, rückstandsfrei, wieder ablösbar! Nice! Vielen, vielen Dank! 3M! Nice! Kann man immer gebrauchen, haftet immer! Ihr kennt ja diese gelben von 3M oder Posted oder da gibt es ja alles mögliche! Nice! Sowas ist nützlich, kann man gebrauchen! Oh! Was ist das? Deutscher Bundestag, was ich da wieder angefordert habe! Der Deutsche Bundestag ist ja speziell vom Gesundheitsminister, die haben halt immer solche Initiativen, da habe ich schon viel für meine Mutter geordert, auch so, die haben hin und wieder mal wieder oder so ein, wenn man zum Rauchen aufhören will! Oh! Kalender, mit Ferien, Feiertagen, 2020, what? Fool, ist noch mehr drin! Ah, das sind nur so Kalender, in allen verschiedenen Größen, naja, kleine Größe, so eine Größe, eben mit Feiertagen und so und, jo, ojo! Das war es doch nicht, was ich gemeint habe! Versteht's? Da wird doch ein großer Umschlag! Nummer 3M! Ah, nur mal 3M! Dann wird's nur mal so einer sein! Habe ich so viele von 3M? Nur mal 3M! What? Wieso habe ich so viele von 3M? Wieso habe ich so viele von 3M? Wieso habe ich so viele schon bekommen? Nummer 1! Sind anscheinend alle die gleichen! Huh! Nice! 3 Stück! Cool! Ja! Das war's dann mal wieder! Hat sich ja jetzt schon wieder einiges gesammelt! Gerade diese Duftproben! Wow! Da freut sich meine Mom drüber! Waren ja einige! Und schöne! Von der Com Isolerant Rituals! Escada! Nice! Die Klebedinger kann man gebrauchen! Kleiner war jetzt nicht so das Highlight! Die Maske! Mega genial! Was willst du noch? Schmeckt denn hier oder wie? Oder wohl? Oder übel? Oder doch? Ich hoffe natürlich! Dass euch das Video gefallen hat! Wie gesagt! Alles kostenlos! Unbezahlt! Bekomme nichts dafür! Dass ich hier sage! Kann sich jeder Mensch anfordern! Auf jeden möglichen Gratisseiten! Einfach mal tun! Wer nichts tut! Bekommt nichts! Huh! Ganz einfach! Und wie gesagt! Die Musik im Hintergrund! Dieses kleine kurze Stückchen! Wo ich hier die ganze Zeit habe laufen lassen! Habe ich ihm Matteo Games zu verdanken! Vielen Dank mein Freund! Und ich finde es klasse von ihm! Ist ein junger Mensch! Aus der Schweiz! Grüße an alle Eidgenossen! Grüezi miteinander! Grüezi miteinander! Uh! Der Oppenzeller frisst den Kass mit Sonntem Ketteller! Jollriri! Wuppi! Ich liebe die Schweiz! Ich liege da ganz nahe bei mir! Hätte ich noch ein Auto! Würde ich mich ins Auto setzen! Bin ich ein bisschen mehr wie eine Stunde! Bin ich in der Schweiz! Grüezi miteinander! Ja Freunde! Das war's dann wieder! Da ich ja so keine Pakete mehr bekomme! Leider! 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 Zum Auspacken! Muss ich halt immer warten! Bis ich einige Produktproben wieder angesammelt habe! Wo ich bekommen habe! Wo ich selber mich drum gekümmert habe! Mach ich jeden Tag! Schau ob es wieder was Neues gibt! Und wenn sich dann wieder so einige ansammeln! Dann mache ich halt mal wieder ein Rosti Packt aus! Ich würde natürlich mehr Rosti Packt aus Videos so gerne machen! Aber! Euer Nehmen würde ich still! Darum kostenlos antworten! Ist zwar traurig aber! Kann man leider nicht ändern! Wir bedanken uns auf jeden Fall nochmal bei euch fürs Zusehen! Dann würden wir uns freuen wenn ihr wieder einschalten würdet auf unserem Rosti Kanal! Bitte bewertet euch das Video! Schreibt was in die Kommentare! Aktiviert die Glocke! Und falls ihr den Kanal überhaupt habt! Einfach nur um diese kleine Batschbärde drücken! Prosti hat dann zu subscriben! Ansonsten! Habt Spaß am Leben! Genießt das Leben! Übertreibt es aber nicht! Und passt bitte auf euch auf! Und vor allem bleibt gesund! Wir sagen Tschö mit dir und fingerliger Rost! Er hier! SMTADDY! Der Minion! Die Yoda! Der Darth Vader! Das war die Rasselbande! Und der alte Mann! Der Rosti Sack! In diesem Sinne! Schau mit dir! Mein Finger nicht groß! Bye-bye! Wir haben dir mit den Namen! Ciao!